Ein recht herzliches Grüß Gott seitens der Trachtmusik-Kabelle Stuhlfelden hier in so einem schönen Schwimmbad von Stuhlfeln. Leider spielen die Wetterbedingungen nicht so richtig mit, wir stehen mitten und fahren hoch wieder. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen auch teil bei der Cold Water Challenge. Das ist eine Ehrensache und habt viel Spaß und lasst zu. Musik 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 Ich möchte mich noch mal recht herzlich bedanken mit denen, die sie in's nominiert haben. Natürlich bei der Mäckiner Knappenkapelle aus Deutschland, bei der Trachtenmusikkapelle Dernten und bei der Eisenbahner Stadtmusikkapelle Brug an der Mur. Weiters möchten wir nominieren, damit der Faden natürlich auch nicht anreißt, die Trachtenmusikkapelle Niedernsiel, die Trachtenmusikkapelle Weißbach und die Lechnerbuben. Vielen Dank! Und dass ihr's nicht vergesst, ist ab 5 Tagen Zeit für die Absolvierung der Cold Water Challenge. Was ist, freut mich jetzt auf 4 Jausen und einen 50 Liter Fassel. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!